Oh mein Gott! Hallo Schatz! Ist es jetzt soweit? Oh Johann, ich habe schon so lange davon geträumt! Du bist zu früh! Du musst am besten wieder rausgehen! Okay! Nee, ganz raus! Am besten in die Küche! Und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung, du musst hier raus! Ich hab nur gedacht, du hast Schluss gemacht! Darf ich jetzt? Du brauchst dir gar nicht so viel Mühe zu geben! Ich freue mich auch so! Davon habe ich doch schon geträumt, seitdem ich ein kleines Mädchen bin! Ja, dann... Äh... Ich hätte kein Schwarzbrot! Mit Schinken! Und Kürchen! Jetzt? Ja, ich bin total unterzuckert! Okay... Du willst ihr jetzt echt einen Antrag machen, während ich hier bin? Du bist echt ein Schwein! Schatz, wir haben kein Schwarzbrot mehr! Geht Knäckebrot auch? Ja, klar! Du musst hier raus am besten ins Schlafzimmer! Wie denn? Dann ist alles nass! Was mach ich denn jetzt? Hier ist dein Brot! Ich bin bereit! Wozu? Ich helf dir! Willst? Du? Du? Mich? 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 Heiraten? Ja! Überraschung! Steffi! Wir heiraten! Wir heiraten! Wir heiraten! Wir heiraten! Wir heiraten! Räufe! Wir heiraten! Bis zum nächsten Mal.